In Hessen noch in einigen Regionen heftig schauern, blitzen und donnern. Später werden die Schauer und Gewitter jedoch seltener. Morgen erwartet uns mal Sonnenschein oder längere freundliche Abschnitte, mal Wolken. Dabei treten nur einzelne Schauer und Gewitter auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West. Die Nacht verläuft mild mit Werten zwischen 12 Grad in der Rhön. 18 Grad erwarten wir an Rhein und Main. Morgen trotz des wechselhaften Sommerwetters angenehm warm mit 23 Grad bei Korbach und 28 Grad bei Bensheim an der Bergstraße. Auch in den kommenden Tagen ändert sich leider nichts an der wechselhaften Wetterlage. Bei etwas Sonne kommt es hin und wieder zu Schauern und Gewittern. Die können hier und da auch heftig ausfallen. Am Sonntag wird es dann auch wieder etwas kühler bei uns. So viel zum Augustwetter. Alle Infos für Ihre Region in Hessen finden Sie auch auf unserer Internetseite wetterhronline.de. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.